Sie war wohl eine Minute zu lang auf der Toilette. Nur ein kurzer Moment, der für die 80-jährige Heidi Maaßen-Hoffmann zum Verhängnis wird. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Schwester und ihrem Schwager nach Darmstadt, fährt mit einem Reisebusunternehmen von Berlin aus los. Nach zwei Stunden Fahrt hält der Bus an einem Rastplatz. Fünf Minuten Toilettenpause. Als Heidi Maaßen-Hoffmann wieder zum Bus geht, sieht sie nur noch dessen Rücklichter. Das war natürlich ein sehr hilfloses Gefühl. Nichts in der Hand, kein Portemonnaie. Glücklicherweise mein Mobiltelefon. Und dann standen wir da eben im kalten und im Toilettenhäuschen mehr oder weniger. Es war ja kein anderer Schutz da. Ohne Geld, ohne gar nichts. Auch eine schwangere Frau wird zurückgelassen. Sofort kontaktieren sie das Reisebusunternehmen MeinFernbus. Ihre Bitte, der Bus solle umkehren, man habe sie vergessen. Da kamen eben auch recht merkwürdige Antworten. Ja, im Flugzeug würde man ja auch nicht die Leute zählen. Und ich hatte auch gesagt, also mit dem Flugzeug können sie diesen Bus nicht vergleichen. Okay, es ist kein Familienbus, aber man kann ja mal die Frage stellen, sind denn alle da, nicht? Doch der Bus fährt weiter. Ohne sie. Ein Umkehren sei für Linienbusse aus Zeitgründen nicht möglich. Das Gepäck ist mir das Allerwichtigste. Ich habe eine Herzkrankheit und ich brauche meine Medikamente. Sie warten, bis ein anderer Bus sie mitnimmt. Zunächst nach Nürnberg, dann nach Heidelberg. Von dort aus sollen sie einen Zug nach Darmstadt nehmen. Doch als sie dort ankommen, ist es bereits kurz vor Mitternacht. Für die 80-Jährige nicht zumutbar. Ihr Schwager holt sie persönlich ab. Also wenn mein Schwager nicht so lieb gewesen wäre, hat mich dann erst hierher gebracht und die Dame eben weiter bis nach Frankfurt in der Nacht und da bei der Freundin ihre Adresse abgegeben, dann hätte sich darum niemand gekümmert. Der Veranstalter, mein Fernbus, reagiert auf heutige Nachfrage umgehend mit einer Stellungnahme. Es gab von Seiten der Fahrgäste keinen Hinweis, dass Fahrgäste oder Sitznachbarn fehlen. Unsere Fahrer sind nicht verpflichtet, bei diesen Stops die Vollzähligkeit der Fahrgäste zu kontrollieren. Für die Fahrtkosten ihres Schwagers wollen sie dennoch aufkommen. Wir würden selbstverständlich auch die Kosten für die Fahrt mit dem privaten Pkw erstatten. Ihr Gepäck samt Medikamente wurden ihr noch in Heidelberg übergeben. Doch ob sie die nächste Fahrt mit dem Fernbus antritt, wird sie sich zweimal überlegen.